hallo youtube nächstes spiel so geht es weiter und matchen der naughty macht sich echt gut ja der sieht cool aus ich habe es eben einmal ganz kurz in einem übungsspiel einfach nur geguckt ob es dann auf dich passt und ob ich wie ich das spiel dann ziehen muss und so und dann schon ganz geil was ich aber theoretisch war könnte fällt mir gerade ein es funktioniert ist oben bei den followern und den donations das eventuell noch mal davor schreiben ja gut steht aber bei ja aber ich meine sollte ja das nicht so ganz so eingeklotzt aussieht hast du im chat geguckt es funktioniert also ich sehe es auf jeden fall ach so oh ja stimmt okay woran hat es jetzt gelegen was ich habe nichts einlad vielleicht war das sonst weil du zu früh drin warst gekommen will keiner spielen hier oder was ist hier die gucken und die gucken alle zu essen können ich spielen in der zeit die katze was tut der drückt mein arm runter was ist los bei dir stinkbar die katze will wohl dass du arie spielst ich habe es nicht erwartet ich bin oben ja frage es hat gut klappt beim letzten mal könnte man wieder ausprobieren bleiben wir erst mal so können wir uns mal überlegen in solchen bahn 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 jetzt habe ich schon nicht gefunden jetzt musste ich nichts nehmen aber ihr ließt es auch okay zu bahn ihr habt oben rechts eine suchlast dafür ja ich war gerade ein bisschen ich bin noch halb du warst gestresst ja das ist zahl oben war ich nämlich auch deswegen habe ich es dann nämlich auch oben eingegeben weil mir das dann doch zu lange gedauert hat ich kriege auch dieses ranket system noch nicht hundertprozentig rein ich habe eben schon gedacht oh scheiße hätte ich erst bahn müssen und dann auswählen nein andersrum ich weiß aber noch nicht ob mal okay ich hatte irgendwas hatte ich im hinterkopf was ich machen wollte das hatte ich gestern noch im hinterkopf wer waren die in der tage so nah mein dj so nah ja dj oder penteke ich in die penteke auch irgendwie cool genau genau hatte ich im hinterkopf ja das ist natürlich scheiße der pokt mich zu tode da kann ich sogar besser mit nauti mitteilen oder ich nehme galio aber ich habe noch gar nicht so viel ahnung von dem ach komm weißt du was ich probier mal xaja lass uns first time xaja jetzt echt jetzt first time galio und das war ja ernst aber ich weiß ja an für sich wie er funktioniert das sollte eigentlich nicht das problem sein das ist jetzt nicht der schwerste schwerste champion immer diese trolle los ja eben vor allem das lustige ist ihr beschwert euch wenn ihr dann mal welche dabei habt ihr seid so witzig naja komm ich weiß wie man den spielt ach ja kriegen wir wahrscheinlich das einzige was ich ein bisschen ausprobieren muss ist wie ich mit der ulti fungiere ich glaube der rest sollte kein problem sein nur auf den der am tiefsten drin steht ja genau wird in unserem fachsinn sein gehe ich von aus gehe ich schwer von aus ich kann das auch nur auf champions machen ich kann das nicht auf minions machen ne nur auf champions übrigens schatz hat im november ein konzert in hannover allen mehr zählt 20 euro ja dann lass uns mal ein bisschen aufrollen gegen die nahe hätte ich mit mit nauti und mit mao keine chance gehabt ja gut kommt drauf an wenn es schlau anstellt schon ja aber der pokt ein zu tode irgendwann das ist also ich habe ich habe ja gut ich habe es jetzt nur aus den lcs und so aber da kann ja und ich habe einen pokt auch wenn es jetzt nicht der beste ist aber für den tank ist der heftig genau das heißt du kannst wenigstens ein bisschen gegen und verpasst nicht gleich eine hälfte von der wave du musst einfach eine kombo reinjagen sobald er wieder mini-gnadien als erstes ein trank für das system ja ich habe jetzt einen trank anscheinend bin ich ziemlich wichtig ok was haben wir denn das gibt zwei wünschtes habt ihr das ist der schild von duran ja und das ist das ja gut oh er fängt schon an the king is back dafür muss er eigentlich sterben oder eigentlich muss ich ihn dafür umbringen oder um ihm zu zeigen was der unterschied zwischen dem kaiser und dem king ist auch du scheiße junger ja ich sage gar nicht so schwer Das hört sie sich nicht schwer an. Hahahaha! Davon krieg ich nie genug! Ach du Scheiße. Ok, meine Zuschauer werden jetzt wissen, was ich meine mit ach du Scheiße. Guck! Ich sehe die Names und zwei nur hier. Kämpf mit mir, kleiner Krieger! Ja, das war eine nervige Botlinie. Ja, das war eine nervige Botlinie. Ja! 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 Was will der denn? Ja! Das war nicht so gut. Gut, dass ich nicht blute. Ich bin mal wieder immer gewonnen. Du kannst ja mal sagen... Das war's. Lassen wir's krachen. Oh. Ah. Ah, geht doch. Ja. Schlechter Gang, schlechter Gang, genau. Hoffentlich steht dein Restaurator bereit. Ich weiß ja, manchmal schule ich mich nicht. Oh. Zw ail. Wer coil diesen Herdищ? Oh, davon ist keine Arteskantal, Nein, nein. Puck. Asst. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes zerquetschen soll. Naja, geht doch. Hi Vita! Schön, dass du zuguckst. Finde ich nett. Hi Vita! Hallo, hallo Vita. Ich bin zwar aus Stein, aber das bedeutet nicht, dass mein Herz auch aus Stein lässt. Ach, ihr habt Wegkotz. Wegkotz-Sauber. Ja, aber haben die MF gerade schon ein bisschen gelöscht. Vita sagt zurück, hi Jenny. Nee. Was? Die MF sind schon da. Da redet los's nennen. Ja. Du, 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 du. Verzeihung, welchen grünen haben wir gerade... Sooo, Ulti bereit Ja, ich auch noch nicht Ja, ich auch noch nicht Wir sind 4, oder? Egal, was bleibt, für Sie Bleib für uns Los geht's Ich bin unterwegs Ah, scheiße Ah, alles gut Oh, stimmt, er ist tot Nice Dann ist das echt von ihr ziemlich gut, wenn sie so weit unter dem Tower bei uns steht Der Bekoz war ja eben noch da Ja, aber dann wäre ich dann zurückgegangen Wenn ich alleine bin, aber ganz ehrlich Wir müssen nicht kämpfen Lass es uns trotzdem tun Ich würd ihn so gerne Aaaaah Tja Lassen wir's krachen Ich glaub so ganz helle sind die auch nicht Die müssen die am F irgendwie nicht Aufpassen, weil hier bei mir kein Flash mehr Aufpassen, weil hier bei mir kein Flash mehr Wir sind nur ein bisschen Ärger Oh, Junge Oh, Junge Oh, Junge Hm Schade, schade, schade 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 Ah, jetzt, okay Sehr gut Nice Ah, da hab ich kein Assist mehr gepflegt Sehr gut, sehr gut Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich hab keine Mana und kein Dase Alter Ja, nein Dann geh ich mal wahren Liebchen Ist denn Gibt's die auch in Größe 7.000? Schade. Ja warum macht er jetzt Ich weiß nicht, Dings. Hey, was für... Jack Sin? Warum den Drake nicht? Ja, weil ich nicht da war. Ah. Ja ne, ist besser, weil wenn die Sin kommt und die Genshopper fängt, dann sind wir 2 und 3. So, oben fällt. Oh, was will der jetzt? Ähm, schade? Ja! Ja, schade. Ja, war blöd. Sorry. Ja, ist gut. Glück gelaufen. Geiß. Ah, dann geh ich auch nochmal weg. Krieg ich schon. Ja, ich weiß, ich bin unterwegs. Sag halt Schatz, ich lerne, äh, zwar langsam, aber... Ja. Ich find den lustig, den King. Ja, der ist ja so. Ja, ich kann mich nicht mehr schlagen. Ja, ich kann mich nicht mehr schlagen. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes Zeck matchen soll. Ah, ich hab' ich seine Ulti. auch wenn ich noch nie woanders war Uh, da ist ein Zentrum, ich bin nicht bewusst. Das schon entspricht 50 Galio-Jahren Das hab ich nur so gedacht Schade Okay, bist du schon tanky Was? Bist du schon ein bisschen tanky? Äh, wenn ich jetzt gleich nochmal weggehe, ja Hihihi Gibt's nicht Spielt der Gnasich denn da bitte zurecht? Ja, weiß ich auch nicht genau, was der da hat Aber ich weiß nicht, ob der Z jetzt noch hier ist Flatter Lassen wir's krachen Zeit für frischen Merkel Ist der Z jetzt wieder in der Mitte? Weiß ich nicht, keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, wer dahin ist Bisschen... tanky, was heißt Bisschen tanky, ne so tanky noch nicht, aber Sonst hätten wir Lanes tauschen können Sonst hätten wir Lanes tauschen können, dass du botlängigst gegen die beiden Oh, Sinn, Sinn Was soll ich als nächstes zertrümmern? Wie weit Reicht meine Ulti, aber das dauert aber ein bisschen. Schöööön. Ja, Heimerdinger in der Mitte, der regelt. Oh, schade. Und wieder kommt er davon. Ähm, Gnar könnte kommen. Ja, also alle weg. Leute gehen kaputt! Wir gehen trotzdem hin. Zuschlag! Woher? 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 Ich pushe jetzt doch erstmal hier. Und ich geh doch erst weg. Äh, Bord. Ja, aber ich geh kurz weg. Ja, mach das. Ich hoffe, ich krieg die Waffe. PUSHT! Richt aus. Die Masi ist nicht groß genug für uns beide. Das war jetzt wieder ein minimales Fake Play. Wenn hätte ich das jetzt für uns wollten. Die Leute verschwinden und andere nehmen ihren Platz ein. Das ist wie Zauberei. Was? Ja, das war jetzt mal ein wenig. Ich bin nicht viel umgekommen. Also kann ich auch einfach nicht Soziale brauchen. Ich habe vergessen, selbst Ich brauche noch ein bisschen Ach, Alter Ach, Alter Alter, ungriffig. Heavy? Ah, Deli nicht. Na gut, oben hab ich auf jeden Fall reingepusht gehabt. Hat das Pierre mich gerade angeschrieben und gefragt. Wegen TS. Tschüss. Ich sag ja, mit soviel Schaden, Alter, was ist denn Schief bei der? Komm ich da auch rüber mit dem? Nee. Hätte er sein können. Das hab ich noch nie gesehen. Erklär doch warum. Boah. Nix. Puh. Puh. Das war schon... Ich glaub das sagen wir mal. Ich gehe ja schon. Versuch du mal 300 Tonnen zu bewegen. Ich gehe mal in Botlane zu dem MF. Leider mit hat noch kein Item richtig fertig. Der MF ist weg. ... ... ... ... ... ... Flattern! Kalt wie Stein! Ich frage mich, was sich hinter diesem Land befindet. Hoffentlich ein würdiger Gegner. Was hat er denn also gedacht? Oh, ich lebe noch. Oh, ich lebe noch. Ah, ich lebe. Oh, wie ist das? Oh, ich lebe noch. Oh, ich lebe noch ein paar Leute. Oh, ich lebe noch ein paar Leute. Ich lebe noch die Leute. Wenn ich mit den Federn zurückziehe, man hat jede Feder zweit 100 damage, das ist so heftig. Ah, ja toll. Ja, okay, hat nicht gereicht. Noch nicht tankig genug. Aber immerhin. Meine Ulti war voll nice. Immer richtig gut. Das war gut gesetzt, ja. Drei oder vier Leute betroffen. Immerhin hat's jetzt gereicht. Baiting like a boss, ne? Warte. Ungewolltes. Ungewolltes Baiting, ja. Ja, so. Ein Tower, vier Kills. Beide waren sogar ein S, ne? Waren fünf Kills. Weiß ich nicht. Haben wir alle fünf gekriegt? Ich glaube. Wo? Oh, mein Gott, also. Selbst die Leute, die eben noch RCS geschaut haben, schalten jetzt zu mir unten. Ja. Oh. Ja. Das war's. Ah shit. Schatz, warum hast du nichts gesagt? Alles gut, ich dachte ich krieg jede Ohr, dass er mich trifft, aber er wiederum trock, leider. Weil die Ulti zu spät gemacht. Na. Aber er ist ja auch gestorben, also von daher alles gut. Zwei Fäuste für Demacia! Für wie blöd hält mich der Wellkotz? Was soll das für anders? Für wie blöd hält der mich? Schade, dass ich keine Ulti hab. Ich hab die erst wieder in... Geh weg da, gebt den Tower auf. Gebt den Tower auf. Nein, nein! Oh, schade. Ich hätte jetzt nicht wieder Ulti ready gehabt, hätte ich so schön unter dem Tower aus sein können. Oh, ehrlich. Boah. Der war echt unlucky. Ey, ich schreib hier immer, dass er sich gerne zu uns gesellen darf. Kann er so schauen. Oh. Überlass die Schwerstarbeit mal lieber mir. Oh. Ach, kann ich nicht mehr so tun. Was macht er überhaupt da? Oh. Den Top Tower könnten wir machen, ja. Oh. Oh, gosh. Oh, okay. Oh. Nur nicht engagen lassen, wenn die da oben sind Sieht die das gar nicht? Ärgerlich Scheinmal nicht, macht nichts, pusht mal ruhig Dafür können wir dann auch ruhig mal sterben Das ist okay Jetzt kommen sie Ja Vernünftig Das waren die Tote Wer glaubt, dass das stört Wir haben gerade, nach quatsch Wir haben gerade drei Tümen und ich nie wieder eingerissen Ja, wardet mal bitte den Baron Ich weiß ja nicht, ob ihr den zu zweit machen könnt, aber wardet den mal lieber Ich hab kein Wort mehr Wie lange war ich weg? Ich habe mal mit einem Haus gekämpft und ziemlich sicher gewonnen Theoretisch, meinen Teleport habe ich zur Verfügung, ich könnte jetzt auch eine Base teleportieren bei denen Ja, anscheinend interessiert die das irgendwie auch nicht Ja doch, mehr quatsch Ich wusste nicht, dass ich einen Schwanz habe Ach, hat er den, äh, Blubaff genommen, oder was? Ist er, ist er öde Denken kann ich den schütten Schön Da musst du raus, dann Ist nicht so Oh, der genau pusht oben Ja Ich meine, ich wollte ja nur bescheuert sein War zu spät, ne? Ja, ich krieg das noch nicht getimed Ah, ist gut Mach's mir, ne, ne Lohnt sich voll Bist du noch nicht? Ja, ich krieg das noch nicht Ich habe kein Marnabend Schön Redemption Ah, okay, hat er auch noch nicht für den gereicht Ich bin schon Ah, lol Aber die Top pusht jetzt auch immer weiter rein Zett macht mehr Schaden als mein Geek Also Knaller sind meine Stats jetzt auch nicht Meine sind ziemlich supportig Aber das reicht Meine, meine sind alle Carry-mäßig Ich mag Xaya, die macht echt Spaß Hätte ich ein paar Tode weniger, wäre ich auch zufrieden Ja, gut Aber ich bin halt ein paar Mal zu oft gestorben Ich gehe nicht zurück auf mein Podest Jetzt weiß ich auch endlich, was Rakan für einen Vorteil hat, wenn beide zusammen spielen Also, ne, was Xaya für einen Vorteil hat Bei Rakan weiß ich es ja mit der größeren Reichweite Okay Und wenn Xaya mitspielt, kriegt Rakan auch den Angriffstempo-Boost Den Xaya sich machen kann Ja Ja Da war grad wer Ja 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 Ich hab die Sünden haust hier ein bisschen rum Der war blöd Richtig in den Pit Würde ich mich ja nicht teleportieren Naja, ich hab ihn noch geultet Für den Fall der Fälle War vielleicht ein bisschen over Power-Power danach Ich hab ihn noch nicht gekriegt hin Nein, aber nein Ha! Nice Schön, 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 schön Das war ein schönes Ding, ja Obwohl das irgendwie ein bisschen zu einfach war Ja, aber so schlecht kann ich ihn anscheinend doch nicht spielen Das geht doch Oh, ich denke ich bin auch ganz okay mit Xay Oh, ich hab ne Kiste gekriegt S Okay, ich hab auch Okay, ich hab auch ein S-Mixer gekriegt Ich hab ein B Nein! Das ist okay für das Game Ich hab auch ein B plus Nice Bin ich zufrieden Das war ganz cool 2, 2, 3, 10 2, 3, 10 2, 3, 10 2, 3, 10 Spiel Aufnahme Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal